Hallo, heute beschäftigen wir uns mit einem Einrichtungsgegenstand, der zur körperlichen Gesundheit beitragen kann. Genauer gesagt geht es um einen ergonomischen Schreibtisch. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Viele Leute verbringen eine lange Zeit am Schreibtisch. Im Büro hat man in der Regel wenig Einfluss auf die Möbel, in den eigenen vier Wänden sieht dies allerdings ganz anders aus. Es lohnt sich für die eigene Gesundheit extrem auf einen ergonomischen Schreibtisch umzusteigen. Deshalb haben wir externe Testberichte ausgewertet und Recherchen zum Primus-Schreibtisch von Ergolutions getätigt. Alle Empfehlungen aus diesem Video findest du auch nochmal ganz übersichtlich unter dem Video in der Infobox. Dort findest du ebenfalls das aktuelle Top-Angebot, alle wichtigen Informationen aus dem Video und weitere hilfreiche Tipps. Aktuell könnt ihr, je nach Angebotszeitraum, auch noch ein bisschen Geld sparen. Ein Blick in die Infobox lohnt sich auf jeden Fall und weiterhin viel Spaß mit dem Video. Die Firma Ergolutions steht ganz im Zeichen von ergonomischen Einrichtungsgegenständen. Dies wird direkt deutlich, wenn man auf die Internetseite vom Unternehmen geht. Klickt man dort auf Tisch und Tischgestelle, erkennt man eine breite Auswahl an elektrischen, höhenverstellbaren Schreibtischen. Unter Primus-Schreibtische findet man die gängigen Standardausführungen. Bei der obersten Variante handelt es sich um den Primus-Schreibtisch mit einer 19mm Melaminplatte und ABS-Laserkante. Es lässt sich zudem direkt erkennen, dass es den Tisch nicht nur in einer speziellen Ausführung gibt, sondern in unterschiedlichen Farben. Dies betrifft sowohl das Gestell als auch die Tischplatte. Zudem kann man auch bei den Größen verschiedene Modellen auswählen, sodass man genau den Schreibtisch bekommt, der zu den eigenen individuellen Anforderungen passt. Die Größen liegen dabei zwischen 120 x 70 cm beim kleinsten und 180 x 80 cm beim größten Modell. Unterhalb der Konfiguration werden auch noch einmal die umfangreichen Vorteile dieses Schreibtisches vorgestellt. So wird die geräuscharme Anwendung mit einem Betriebsgeräusch von 46 Dezibel und die hohe Belastbarkeit von bis zu 125 kg hervorgehoben. Die Flexibilität des Tisches liegt in einem Verstellbereich von 62 bis 128 cm bei Tischplatten bis zu 200 cm Breite. Der Tisch bietet also genug Platz und einen großen Bewegungsradius. Interessiert man sich für den Primus-Schreibtisch, so lohnt sich ein Blick in die Infobox unter dem Video, da wir dort das Produkt verlinkt haben. Auf Wunsch kann man durch den Tisch auch daran erinnert werden, dass man die Position wechseln sollte. Bedient wird der Tisch über einen Touchscreen mit drei Memory-Tasten, wodurch die Handhabung sehr leicht fällt. Der Tisch bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 38 mm pro Sekunde, wodurch alles an dem Ort bleibt, an dem es gehört und keine Dinge rumfallen oder hin und her rutschen. Im unteren Teil der Seite werden dann noch einmal alle Produktvorteile aufgelistet und zusätzlich auch noch das Zubehör angezeigt, welches für den Primus-Schreibtisch zur Verfügung steht. Dass es sich bei diesem Schreibtisch um Qualität handelt, bezeugen auch die sehr guten Bewertungen bei Trusted Shops. Die Firma Ergolutions wird dort mit überwältigender Mehrheit mit 5 Sternen bewertet, was zeigt, dass die Kunden wirklich zufrieden mit den Produkten sind. Besonders häufig wird dabei der Primus-Schreibtisch erwähnt, der von den Kunden sehr positiv beschrieben wird. Insgesamt zeigt sich, dass Ergolutions hochwertige Produkte produziert, die zur Gesundheit bei der Schreibtischarbeit beitragen können. Besonders der Primus-Schreibtisch leistet in dieser Hinsicht einen großen Beitrag, da er elektrisch in der Höhe verstellbar ist und so im Sitzen und im Stehen genutzt werden kann. Ich hoffe, dass wir euer Interesse für das hier vorgestellte Produkt geweckt haben. Falls ja, dann kommt ihr mit dem Link unter dem Video direkt zu diesem Schreibtisch. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.